Zuverlässige Produkte Die modernste Technik im Prinzip Top-Service Ja, die Zusammenarbeit, die kann man wirklich melden. Das ist wirklich schön. Und immer ein offenes Ohr für den Kunden. Die Formen, Fendt, Glas, Amazone, eigentlich fast nur deutsche Produkte. Unsere allererste Amazone-Maschine. Wo wir die gekauft haben, da haben wir dann gemerkt, da ging das bei uns als rechte Ruck gegeben in den Drillverfahren. Wir sind ein Stück vorwärts gekommen, unsere Erträge sind wieder gestiegen. Und die bringt auch Geld ein, die muss ja ihr was leisten. Und das heißt, wir müssen jeden Tag rechnen und der Bleistift wird immer spitzer. Das heißt, ich brauche Technik, die effizienter ist. Gutes Material. Länger hält. Gute Verarbeitung. Und da ist ja der Ingenieurskunst mittlerweile gar keine Grenzen mehr beschert. Hochqualifiziertes Personal. Die Einsatzbereitschaft durch den Service ist eben immer gewährleistet. Und da haben wir gesagt, wir kaufen eben keine Billigemaschinen, mal Viren zu armen, um zwei mal einzukaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir hatten ein Erlebnis mit unserem K700 bei einer Vorführung. Das ist ein alter russischer Raketenschlepper. Und den hat man umgebaut auf Bosch Hydraulik. Und unser Fahrer, wo der dann das erste Mal drauf saß und da sagt er, oh, fantastisch, wir haben jetzt einen neuen Schlepper hier wieder in unserem Betrieb mit Bosch Hydraulik. Das hat Amazonen umgebaut. Das war absolute Spitze. Da war ich richtig überrascht, was man aus so einem K700 machen kann. Und das hat Amazonen dann umgebaut. Das war spitze, war das. Das war Golfe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020